So, herzlich willkommen zurück an unserem heutigen Nachmittag mit den Online-Sessions mit Huntington Experts und Young Young Heroes und wir haben jetzt den nächsten Block vor uns mit Professor Dr. Ute Herr und an ihrer Seite den Laborleiter Herrn Herr für das Thema Familienplan und Kinderwunsch und ich will gar nicht mehr sagen, Sie haben Ihr Zitat ja schon mitgebracht und als Titel für Ihren Vortrag gewählt, von daher gerne lassen Sie uns mit Ihrem Vortrag beginnen. Genau, ein herzliches Grüß Gott aus Regensburg an Sie alle, danke, dass ich jetzt zum zweiten Mal einen Vortrag bei Ihnen halten darf. Ich habe es ein bisschen abgeändert, aber ein paar Folien sind natürlich ähnlich wie beim letzten Mal, dann ist es vielleicht der Wiederholungseffekt sicherlich auch gar nicht verkehrt. Ich möchte wieder starten mit einer, diesmal mit einer fiktiven Familie, die nochmal so ein bisschen die Problematik umreißt und so ein paar Begriffe einführt, die fürs Verständnis auch wichtig sind. Sie wissen, dass die Huntington Erkrankung autosomal dominant vererbt wird und das ist hier mal ein Beispiel, dieser rote Kreis, wir malen in der Genetik immer Stammbäume, die Frauen sind rund und die Männer sind eckig, aus nachvollziehbaren Gründen wahrscheinlich und die junge Frau ist zu uns gekommen, zur genetischen Beratung und hat erzählt, dass ihr Vater im Alter von 56 Jahren dann diagnostiziert wurde mit einer Huntington Erkrankung. Sie hat zwei ältere Brüder und es war für den Vater dann eine genetische Testung gemacht worden, wo man die Diagnose dann auch gesichert hat. Ich habe gesehen, dass sie morgen zum Gentest ja auch noch eine eigene Session haben werden, sodass ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen möchte. Und die junge Frau und ihre beiden Brüder waren noch gesund, als sie bei uns gewesen ist und sie wissen, dass es dann, ach so, die Wahrscheinlichkeit für die Kinder ist dann 50 Prozent, dass sie Mutationsträger sind. Also sie selber, wie auch ihre Brüder, haben eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass sie vom Vater das Chromosom mit der veränderten Genkopie erben und dann eben später auch die Erkrankung entwickeln. Sie können sich dann prädiktiv testen lassen. Auch das wird sicherlich morgen nochmal ausführlich besprochen werden. Ich kann also nach genetischer Beratung feststellen mit dem Gentest, ob ein gesunder, angehöriger Träger der Mutation ist oder nicht. Und in ihrem Fall war das so, dass der Bruder das für sich, auch der ältere Bruder für sich auch gemacht hat. Er hat dann gesehen, dass er Mutationsträger ist. Seine ersten Symptome waren mit etwa 40 Jahren aufgetreten. Und das ist ein Thema, was Sie sicherlich auch kennen, dass eben in nachfolgenden Generationen die Erkrankung früher beginnen kann. Insbesondere, wenn die Mutation vom Vater vererbt wurde, weil sich dann dieses veränderte genetische Material noch weiter verlängern kann. Und das geht damit einher, dass die Erkrankung ein bisschen eher beginnt. Man muss allerdings hier ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn in der Familie die Erkrankung bekannt ist, dass man natürlich auch mehr darauf achtet und sicherlich auch eher feststellen wird, wenn dann erste Zeichen auftreten, als vielleicht beim Vater, wo man das vorher noch nicht wusste. Diesen Mechanismus, dass in nachfolgenden Generationen das eben eher auftreten kann, nennen wir Antizipation. Dieser ältere Bruder, das hatte sie uns erzählt, hatte dann mit seiner Frau Kinderwunsch. Und in der ersten Schwangerschaft hatten sie sich entschieden, dass sie eine vorgeburtliche Testung, also eine sogenannte Trainertal-Diagnostik für die Schwangerschaft machen wollten. Und da hat sich dann herausgestellt, dass der Fet die Mutation trägt. Und sie haben sich zum Schwangerschaftsabbruch entschieden. Und in einer zweiten Schwangerschaft haben sie dann nach allem, was sie erlebt haben, entschieden, dass sie keinen Test machen möchten. Dann ist eine Tochter geworden, von der sie jetzt nicht wissen, ob sie Mutationsträger sind. Ich denke, das ist jetzt eine Familiensituation, wie Sie sie vielleicht ähnlich auch kennen. Und die so ein bisschen die verschiedenen Aspekte, wo die Genetik hier eine Rolle spielt, als Laboruntersuchung auch nochmal beleuchten. Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt der Familienplanung? Das haben wir dann mit der Ratsuchenden besprochen, die also jetzt auch, wenn sie selber getestet ist, in dem Fall war das so, sie hatte dann auch die Mutation und dann ist ihr Risiko wieder 50 Prozent, dass sie das an ihre Kinder weitergibt. Das ist jetzt ein Thema, was wir als Fachärzte für Humangenetik dann im Gespräch mit den Familien erarbeiten. Wir besprechen den Befund, das Krankheitsbild, dieses Erkrankungsrisiko von 50 Prozent und eben die Möglichkeiten, die es gibt, wenn man sich Kinder wünscht. Das habe ich jetzt hier in dieser Tabelle zusammengestellt nochmal. Wenn man eben spontan schwanger wird, ohne irgendwelche Testungen in Anspruch zu nehmen, dann würde das volle Risiko von 50 Prozent dann auch für Kinder gelten, unabhängig vom Geschlecht. Und Alternativen sind darunter jetzt aufgeführt. Wenn der Mann der Mutationsträger ist, können sich Familien auch für eine Samenspende entscheiden. Das wären dann quasi Samenproben von jungen Männern, die ungetestet sind, die tragen das ganz normale Risiko, wie jeder andere in der Bevölkerung auch, was so ungefähr bei 20 auf 10.000 liegt. Vielleicht ist das eine untere Schätzung. Und umgekehrt, wenn jetzt die Frau Mutationsträger ist, dann bräuchte ich natürlich, um jetzt das Risiko auszuschließen, eine Eizellspende. Und dann hätte ich wieder das Hintergrundrisiko. In Deutschland ist die Eizellspende bisher nicht erlaubt. Die Samenspende, muss man sagen, ist eine relativ einfache Prozedur, die der Frauenarzt auch machen kann. Da gibt es eine gute Regelung dafür. Das ist auch gar nicht so kostenintensiv und schon auch recht erfolgreich. Aber das wäre dann eben das Erdgut eines anderen Mannes und nicht das des Partners. Wenn man sich in der bestehenden Schwangerschaft für eine vorgeburtliche Testung entscheidet, dann gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wobei man bei so einem Risiko sicherlich lieber die frühere Untersuchung wählen würde. Und das wäre in dem Fall diese sogenannte CVS- oder Chorionzottenbiopsie. Und die kann man in der zwölften Schwangerschaftswoche durchführen. Das zählt ab dem ersten Tag der letzten Regel, sodass das Kind noch zwei Wochen jünger ist. Und eine spätere Untersuchung, die Sie vom Namen her vielleicht auch kennen, wäre die Bruchtwasseruntersuchung. Die kann man eben erst in der 16. Woche machen. Für beide Tests brauche ich dann noch mal ein bis zwei Wochen, bis das Ergebnis da ist. Und kann hier das Restrisiko für die Handtikenerkrankung schon auf deutlich unter 1 senken. Aber 0 ist es natürlich in der Medizin nie. Und die alternative Methode, um die es jetzt im Weiteren dann auch ausführlicher gehen soll, weil sie doch recht neu ist, auch vor allem in Deutschland, ist die Präimplantationsdiagnostik oder auch PID. Und hier kommen wir auf ein Restrisiko von unter 3%. Sie sehen also ein bisschen höher als bei der vorgeburtlichen Testung mittels Kölnzotten oder Amnionzellen oder Fruchtwasserzellen. Aber ich kann eben von 50% das Risiko auf unter 3% senken. Und ich möchte zuerst ein paar Sachen noch zur Pränataldiagnostik sagen. Sie wissen sicherlich schon, dass das sehr strittig ist, auch aus verschiedenen Gründen. Wenn wir uns mal die Zeitachse hier unten darstellen, von der Zeugung über die Schwangerschaft bis zur Geburt und danach, dann würde die Pränataldiagnostik für eine bereits bestehende Schwangerschaft möglich sein, um dann für das erwartete Kind zu testen, ob es die Mutation geerbt hat oder nicht. Und ich kann dann eben, wie ich schon gesagt hatte, von Mutterkuchengewebe, das ist die Kölnzottenbiopsie oder auch Fruchtwasser, eine Probe entnehmen und kann eben innerhalb von ein bis zwei Wochen feststellen, ob das Kind die Mutation bekommen hat oder nicht. Und kann dann dieses Ergebnis mit dem Paar teilen. Das ist insbesondere deshalb sprittig auch in Deutschland wegen dem Gendiagnostikgesetz. Das haben sicherlich viele von Ihnen auch schon gehört, was also die genetische Untersuchung für Patienten im medizinischen Kontext regelt. Und hier gibt es den Paragraf 15. Da geht es um die vorgeburtliche genetische Untersuchung. Und da ist der Text jetzt hier nochmal rausgenommen, der Ihnen aufzeigt, wie kompliziert das hier ist. Untersuchung auf genetische Eigenschaften für solche Erkrankungen oder für eine solche Erkrankung, die nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres ausbricht, darf nicht vorgenommen werden. Das heißt, wenn die Huntington-Erkrankung immer erst nach dem 18. Lebensjahr auftreten würde, wäre es ganz klar, dürfte man sie nicht machen. Aber wie Sie wissen, ist das nicht der Fall. Ich habe Ihnen hier mal ein Bild mitgebracht. Ich muss mal kurz hier was wegklicken. Hier habe ich eine Fehlermeldung auf meinem Monitor. Dann sehe ich das nicht so gut. Das ist ein Schema, wie sich quasi das Manifestationsalter hier unten in Jahren auch gezeigt darstellt. Und die Erkrankungswahrscheinlichkeit, also in Abhängigkeit vom Alter, in Abhängigkeit von der Repeat-Länge hier. Da gibt es sicherlich verschiedene Darstellungen. Das ist jetzt der Mittelwert. Sie wissen, dass das auch immer sehr stark streut. Aber so ein bisschen als Probenanhalt können Sie sehen, wenn wir jetzt hier ganz vorgehen. und sagen, okay, wenn jetzt ein Gesetz die Grenze 18 Jahre ist, dann gibt es schon ein paar Patienten, die vor dem 18. Leben da auffällig werden. Und wenn man jetzt die Geschichte so ein bisschen kennt, dann wissen wir, dass praktisch, als das Gesetz geschrieben wurde, man gerade auch die Huntington-Erkrankung vor Augen hatte, um zu sagen, für solche Erkrankungen wollten die Aborteten eben gerade nicht, dass eine vorgeburtliche Diagnostik möglich ist. Natürlich kann man die Idee dahinter verstehen, dass man sagt, das sind Kinder, die werden ja gesund geboren. Die haben 30, 40, vielleicht 50 Jahre vor sich, wo sie jetzt keine Krankheitszeichen entwickeln. Was wissen wir, was bis dahin für Therapiemöglichkeiten auch bestehen? Für diese Kinder soll in Deutschland eine genetische Untersuchung im Mutterleib eben nicht möglich sein. Aber das waren eben Abgeordnete, die selber leider nicht so viel medizinische Fachkenntnisse hatten und auch die Familien sicherlich nicht kennen, die das konkret betrifft und die sich hier auch angemaßt haben, solche Entscheidungen eben vorzutragen. Aber es bleibt der Fakt, dass eben doch ein ganzer Teil der Patienten, auch wenn das jetzt nur die mit den längeren Repeats sind, aber doch eben schon vorher auffällig sein können, sodass formal gesehen jetzt das ein bisschen unklar ist von der Formulierung. Und man kann nicht sagen, dass es verboten wäre, die vorgeburtliche Testung vorzunehmen. Im Endeffekt ist es aber so, dass die Labore jetzt durch dieses Gesetz extrem verunsichert sind und dass es nur sehr wenige Labore in Deutschland gibt, die bei bestehender Schwangerschaft einen Feet untersuchen. Man kann das organisieren. Wenn Sie das möchten, dann setzen Sie sich bitte frühzeitig mit Ihrer Humangenetik vor Ort in Kontakt, besprechen das bitte genau und dann kann man versuchen, das auch hinzubekommen. Man muss eben mit dem Labor das gut absprechen. Und die Frage, die natürlich dahinter steht, auch vom Juristischen her abgesehen, ist, möchten Sie als Familie einen Schwangerschaftsabbruch in dieser Konstellation machen? Das ist schon eine schwierige Entscheidung, wenn Sie sich vorstellen, ich hatte es ja schon gesagt, dass dieses Kind es eben ja doch schon auch in gewisser Weise entwickelt ist. Das ist hier mal so ein Bild von einem Kind, von einem Feet, der etwa so weit ist, wie man dann einen Schwangerschaftsabbruch machen würde. Und das soll jetzt gar nicht emotional wirken, aber es ist ja eine schwierige Entscheidung fürs Paar, dann auch sich für oder gegen ein Kind zu entscheiden, wenn der Test eben auffällig ist. Und wenn man jetzt von sich aus sicher wüsste, dass man das Kind auf jeden Fall gekommen ist, dann ist auch die Frage, warum man es in der Schwangerschaft schon wissen möchte, weil diese Untersuchungen natürlich auch immer ein Risiko bergen, dass dadurch mal eine Fehlgeburt auftritt oder Blutungen oder so etwas, was man jetzt auch nicht unnötig eingehen möchte. Also wenn Sie dazu Fragen haben, hier die Take-Home-Message wäre, also das Gesetz ist so ein bisschen schwammig formuliert in diesen Bereichen. Die meisten lesen das so, dass es für die Handlichen Erkrankungen nicht verboten ist, vorgeburtlich zu testen. Aber man muss eben schon ein bisschen Zeit und Mühe darauf verwenden, ein Labor zu finden, das im Einzelfall diesen Test dann auch macht, wenn sie das haben möchten. Und gerade weil das eben so kompliziert ist, ist es eben der Grund, warum Paare sagen, wir möchten eben nicht die Schwangerschaft mit diesem hohen Risiko und 50 Prozent eingehen, sondern würden gern schon vorher das Risiko abklären. Also keine Pränatal-Diagnostik machen, sondern eben diesen Zeitpunkt der genetischen Testung vorverlagern, um die Zeugung, um letztlich eine solche Schwangerschaft erst eintreten zu lassen, die gar nicht erst das Risiko hat. Dass man eben diesen, im Grunde genommen, ja diesen Schwangerschaftsabbruch damit vermeiden möchte, genau. Das war die Idee, warum die Präimplantationsdiagnostik auch eingeführt wurde und warum sie von Paaren immer wieder angefragt wird. Voraussetzung für die PED ist immer eine künstliche Befruchtung. Da geht es keinen Weg drumherum. Ich muss also die Befruchtung ins Reagenzglas verlegen. Dazu muss ich eine Hormonstimulation für die Frau vornehmen. Das machen speziell ausgebildete Frauenärzte. Da bekommt die Frau über 10 bis 12 Tage in ansteigenden Dosen Hormone. Die bewirken, dass eben nicht nur eine Eizelle, wie normalerweise im Zyklus heranreift, sondern 10 oder 12 oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann wird im Ultraschall überwacht, wie die größer werden, die Follikel. Und dann wird auch nochmal die Dosis oft angepasst. Und der optimale Zeitpunkt bestimmt, wann dann die Eizellen, wann der Eisprung ausgelöst werden kann, um die Eizellen zu entnehmen. Und vom Mann wird dann eine Samenprobe benötigt. Und man kann dann im Reagenzglas, wie es hier gezeigt ist, diese sogenannte ICSI-Methode einsetzen. Das heißt, intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Also ein einzelnes Spermien wird mit dieser Kanüde, die Sie hier rechts im Bild sehen, direkt in die Eizelle hinein gespritzt, um die Befruchtung quasi auszulösen. Die Embryonen, die sich dann entwickeln, sind hier mal beispielhaft gezeigt. Das sind zwei humane Embryonen. So haben wir alle mal angefangen. Und man sieht hier die Kerne von einzelnen Samenzellen und dann auch, wie sich das ganz schnell teilt. Ich bin immer wieder, jedes Mal neu, wenn ich das Video sehe, beeindruckt, wie synchron die Entwicklung von diesen beiden Embryonen hier stattfindet. Also wie wunderbar dieses Programm ist, was diese Entwicklung ablaufen lässt. Und in dieser frühen Phase der Entwicklung haben wir jetzt insgesamt drei Zeitpunkte, wo eine Grobenabnahme passieren könnte. Ich gehe jetzt gleich nochmal durch für die BID. Das eine ist die Polkörperdiagnostik ganz am Anfang. Und da liegen hier so kleine Polkörper an der Seite von der Eizelle, die einen Teil des Erbgutes der Eizelle repräsentieren, die, was die Eizelle ausgeschleust hat. Die kann ich entnehmen. Das ist etwas, was wir lange in Deutschland gemacht haben, bevor wir die Embryonen selber untersuchen durften. Und im Ausland tatsächlich ist aber schon von Anfang an jetzt zu einem anderen Stadium untersucht worden, und zwar am Tag drei. Das ist ungefähr jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn der Embryo etwa aus acht Zellen besteht, dann ist da eine Plastomere entnommen worden. Das hat man lange so gemacht, um dann an dieser Plastomere für den Embryo die genetische Konstellation für die Fragestellung zu bestimmen. Inzwischen ist es aber so, dass sich gezeigt hat, dass es besser ist, wenn man etwas länger wartet, nämlich bis zum Tag fünf. Da besteht der Embryo aus mehr als 100 Zellen und ist dann so eine Art Ballon. Und an einem Ende ist dann der Bereich, aus dem sich dann später das Kind auch entwickeln wird. Das kann man jetzt hier aufgrund der drei Zellen, also das könnte jetzt hier zum Beispiel sein, und Sie haben dann hier außen diesen, das ist ein flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, und dann haben Sie hier außen dieses Gewebe, aus dem sich später die Eihäute und der Mutterkuchen entwickeln. Und von diesem Bereich werden die Zellen entnommen, die man genetisch untersuchen kann. Hier sind nochmal die drei Formen aufgeführt, also die Polkörperdiagnostik. Hier ist die Eizelle gezeigt. Man macht sich hierbei zunutze, dass eben während der Eizellreifung, das ist nochmal zum Zeitpunkt der Zeugung, genau erst mal eins der beiden Chromosomenpaare ausgeschleust wird. Das ist der erste Polkörper, kann man dann hier entnehmen. Und danach teilt sich nochmal das verbliebene Chromosom. Und das bildet dann den zweiten Polkörper. Und dieser Prozess, dass der zweite Polkörper sich bildet, der findet erst statt, wenn die Samenzelle schon in der Eizelle drin ist. Also keine reine Eizelluntersuchung, sondern das Spermium ist schon in der Eizelle. Aber nach dem deutschen Gesetz durfte man immer schon zu diesem Zeitpunkt auch diese Polkörper entnehmen und konnte dann alle die Krankheiten bearbeiten, wo das Risiko über die Frau vermittelt wurde für die bestimmte Erkrankung. Und damit eben, wenn man es für die Huntingenerkrankung übersetzt, konnten wir die Polkörperdiagnostik eben nur für Frauen anbieten, die Trägerinnen der Mutation sind, nicht aber für Männer, weil eben die Polkörper keine Aussage zum Erbgut liefert, die erst vom Vater kommt. Tag 3-Biopsie, hatte ich gesagt, hat man jetzt inzwischen verlassen. Heute machen wir im Prinzip die großen Zentren alle die Tag 5-Biopsie. Und dann wird daran jetzt auch wieder die Untersuchung vorgenommen. Also das ist die PKD. Und das wäre eben hier die PID oder Trofe-Ectoderm-Biopsie am Tag 5. In den nächsten drei Folien möchte ich ein bisschen darauf eingehen. Ich kann mich erinnern, dass das letzte Mal beim Vortrag einen großen Raum eingenommen hat, dass man eine PID im Ausland macht. Und wir merken aus vielen Gesprächen mit den Paaren, dass das für die Paare oft ganz intransparent ist, was eigentlich ein PID-Zentrum ist. Und deswegen habe ich jetzt mir ein bisschen was überlegt, um Ihnen das nahe zu bringen, weil es Ihnen auch so ein bisschen zeigt, worauf müssen Sie achten, wenn Sie sich da ein PID-Zentrum aussuchen. Um die PID zu machen, brauchen Sie erst mal ein Kinderwunschzentrum. Da gibt es ganz viele davon in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und am Kinderwunschzentrum wird professionell eben Kinderwunschbehandlung betrieben. Ein großer Teil der Kinder, etwa drei bis vier Prozent in Deutschland, werden nach künstlicher Befruchtung geboren. Also da gehen Paare hin, die nicht alleine schwanger werden. Und es wird dort diese ICSI durchgeführt. Und es wird dort auch die Trofe-Ectoderm-Biopsie vorgenommen. Und das passiert in diesem Kinderwunschzentrum. Da gibt es ein sogenanntes IVF-Labor, wo also die künstliche Befruchtung stattfindet. Das sind Biologen, die sich sehr gut damit auskennen. Und geleitet wird das Ganze von Frauenärztinnen und Frauenärztinnen mit einer Spezialisierung in Reproduktionsmedizin. Das ist also das Kinderwunschzentrum. Das brauchen Sie für diesen frauenärztlichen Teil. Die spannende Frage beim PED-Zentrum ist aber, wer macht den genetischen Test? Und da gibt es durchaus große Unterschiede. Und das ist eben oft für die Paare gar nicht so transparent. Diejenigen von Ihnen, die das vielleicht schon gemacht haben, schauen am besten mal, wenn sie einen Befund bekommen haben zur Genetik, der sollte auch mit erstellt werden, wer dann den Befund unterschrieben hat. Das ist nämlich durchaus nicht immer an dem Ort, wo auch das Kinderwunschzentrum dann sich befindet. Es gibt sicherlich ein paar Kinderwunschzentrum, die haben einfach einen Biologen bei sich angestellt. Der arbeitet dann unter Anleitung der Frauenärzte und macht da genetische Untersuchungen an diesem Material. Das wäre ungefähr so, wie wenn Sie ein Sternerestaurant eröffnen und Sie nehmen sich den Filialleiter von der McDonalds-Filiale bei Ihnen um die Ecke und sagen, Koch ist Koch. Davon würde ich also dringend abraten wollen. Weil man sagen muss, dass im Biologiestudium praktisch keine Kenntnisse zur PID und auch keine tiefgreifenden Kenntnisse überhaupt zu einer genetischen Diagnostik vermittelt werden. Das sind Dinge, die man dann lernt im Diagnostiklabor. Und wenn man eben in einem Zentrum arbeitet, was schon PID gemacht hat, das kann man auch nicht mal eben am Wochenendkurs lernen. Also das machen Sie bitte nach Möglichkeit nicht. Das war, was eigentlich korrekt wäre, dass man eine Kooperation hat mit einer Humangenetik. Das ist also ein eigenständiges Institut, was jetzt wiederum ein genetisches Diagnostiklabor hat, was eben auch für andere Erkrankungen normal die genetische Untersuchung macht und eben dann auch einen PID-Bereich hat. Und diese Humangenetik wird dann wiederum geleitet von Fachärztinnen für Humangenetik. Und es gibt diese Kooperation in zwei Formen. Es kann gut sein, dass das Genetiklabor an einem ganz anderen Ort ist. Also es gibt auch in Europa eine ganze Reihe von PID, von Kinderwunschzentren, die schicken ihre Proben zum Beispiel in die USA oder nach Italien oder irgendwas. Und es ist so, dass die Paare das gar nicht unbedingt immer mitbekommen, wo ihre Proben hingegangen sind, wo sie untersucht werden. Also das müsste man an sich am Befund dann auch sehen. Das sollte auch stehen, welches Institut das gemacht hat, aber das ist, wie gesagt, für die Paare nicht unbedingt immer so transparent. Und optimal ist natürlich, wenn es in der gleichen Stadt sich befindet und noch besser wäre, wenn es vielleicht sogar in einem Haus ist, weil man dann kurze Wege hat und kann sich noch besser abstimmen. Denn es sind da eine ganze Menge Schnittstellen, die man auch beachten sollte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das so ein bisschen darlegen. Und das ist jetzt noch ein bisschen zusätzlich kompliziert, weil es verschiedene, genau, das wäre, oder machen wir es erstmal hier zu Ende, dass wir diese Kombination aus beiden, ich brauche also ein Kinderwunschzentrum und ich brauche ein Humangenetik, die zusammen sind, das PED-Zentrum. In Deutschland ist es jetzt in der PED-Verordnung so geregelt, dass tatsächlich die Humangenetik den Hut auf hat. Also Leiter des PED-Zentrums ist immer ein Facharzt, Fachärztin für Humangenetik. Bei uns bin ich das und nicht die Frauenärzte, weil man eben sagt, das Zentrale für die PED ist wirklich die genetische Untersuchung und die muss in einem Labor passieren, was eben sehr viel Erfahrung auch damit hat und was genetisch auch die entsprechende Qualifikation auch weist. Und dann ist die nächste Frage, das ist für Paare auch oft ganz schwierig zu erkennen, wofür bietet das PED-Zentrum, das Sie sich jetzt rausgesucht haben, eigentlich eine PED an? Dazu müssen Sie wissen, dass es verschiedene Formen der PED gibt und das hat damit zu tun, welche Bereiche oder mit welcher Auflösung man das Erblut jetzt anschauen möchte. Sie wissen ja, dass wir diese Chromosomensätze bei uns im Erblut haben, diese Chromosomen, die so wie Wollknäule sind, wo die ganze Erbinformation abgespeichert ist, die kann man dann auftröseln und kommt dann zu den einzelnen Genen. Entsprechend gibt es eben eine Form der PED, die sehr viel eingesetzt wird im Ausland, das nennt sich Aneuploidie-Screening. Da wird einfach untersucht, ob in den Embryonen die Zahl der Chromosomen in Ordnung ist. Die meisten von Ihnen werden sicherlich das Down-Syndrom kennen als Trisomie 21, da ist das Chromosom 21 eben dreimal vorhanden. Und es gibt diese Über- oder Unterzahl, vor allem aber die Überzahl an Chromosomen auch für alle anderen Chromosomenpaare. Und man weiß, dass die meisten dieser veränderten Chromosomenzahlmöglichkeiten immer dazu führen, dass es eine frühe Fehlgeburt wird oder der Embryo sich gar nicht einlistet. Deswegen ist die Idee, dass praktisch die Aneuploidie-Untersuchung gemacht wird, um die Embryonen herauszufinden, die die bessere Chance haben, dass sie ein gesundes Kind haben, hat aber mit ihrer Erkrankung überhaupt nichts zu tun. Also das ist nett, aber das ist nicht das, was sie brauchen. Was sie brauchen ist eine PID, also ja genau, die Anäploidie-Diagnose, die kann der Biologe, der da angestellt ist, wahrscheinlich auch machen. Das ist so ein All-in-One-Test. Das kann man sicherlich auch so anbieten, ohne dass man eine eigene Humangenetik hat, wobei das trotzdem immer besser ist. Aber ein ganz anderes Paar Schuhe ist eben wirklich die Gen-Analyse, die sie jetzt brauchen, um das Risiko für die handelten Erkrankungen abzuklären, wenn sie für ihre Krankheit eben die PID in Anspruch nehmen möchten. Und da muss man sagen, dass da deutlich weniger Kinderwunschzentren wirklich Erfahrung damit haben. Und das sollte in dem Moment, wo ich die Gen-Analyse mache, dann sollte als Kooperationspartner schon eine Humangenetik im Boot sein, die wirklich Erfahrung hat mit genetischer Diagnose, die ein eigenes PID-Labor hat, was eben auch die entsprechende Expertise aufweist. Und um Ihnen das so ein bisschen zu erleichtern, wenn Sie sich jetzt da das anschauen, was es alles gibt, an Kinderwunschzentren auch im Ausland natürlich, habe ich Ihnen ein paar Fragen mitgebracht, die Sie vielleicht dann auch stellen können, um sich hier die Informationen zu holen, die Sie brauchen, dass Sie das entscheiden können. Also die wichtigste Frage, ich denke, das konnten Sie aus der letzten Folie mitnehmen, ist, wird an dem Zentrum, wo ich hin möchte, dann auch eine PID für solche monogenen Erkrankungen, das ist der Name dafür, wie die Huntington Erkrankung angeboten. Es ist nämlich durchaus schon vorgekommen, dass die Paare mit der Fragestellung wie ihrer dann an dem PET-Zentrum gelandet sind, dann sind Blutwerte abgenommen worden, es ist schon alle mögliche Vordiagnostik gemacht worden, bis irgendjemand mal festgestellt hat, dass das Zentrum das für die Erkrankung gar nicht anbietet, sondern dass die eben nur diese Anerkördien machen und das hat bisher gar keiner gemerkt. Und dann würde man natürlich, wenn man da durchläuft und das vielleicht bis zum Ende macht, dann auch eine Transferempfehlung bekommen und hat das Risiko für die Huntington Erkrankung gar nicht abgeklärt. Also das unbedingt fragen. Dann sollten Sie durchaus auch nachfragen, wie viel Erfahrung das Zentrum schon mit diesen monogenen Erkrankungen oder insbesondere auch mit der Huntington Erkrankung hat. Also das kann man abfragen über die Frage, wie viele Behandlungszyklen sind denn da schon ungefähr gelaufen und wie ist die Schwangerschaftsrate für diese monogenen Erkrankungen und wie viele Kinder wurden da vielleicht an diesem Zentrum auch geboren. Das ist so ein bisschen so ein, Sie möchten jetzt sicherlich auch nicht, dass die Behandlung gemacht wird an einem Zentrum, wo Sie die erste Familie sind, wo das eingesetzt wird. Also das kann man so ein bisschen daraus auch ablesen. Und was ich denke aus der ersten Folie da hervorgehen, ist die Frage, wer macht die genetische Untersuchung und wo wird sie durchgeführt? Lassen Sie sich das sagen, dass man ein bisschen abschätzen kann, wo die Qualität da eben herkommt. Und man kann die Qualität eigentlich ganz gut abschätzen, wenn man nachfragt, ob das PID-Zentrum, an dem Sie eben das machen lassen möchten, ein Vollmitglied im Eschre-PGD-Konsortium ist. Das ist ein Zusammenschluss der europäischen und auch vieler außereuropäischer großer Zentren, wo es um Qualität geht. Diese Vollmitglieder müssen jedes Jahr ihre Zyklen melden. Das geht auch darum, dass wir alle voneinander lernen. Es gibt dort Guidelines. Wie baue ich so eine PID auf? Was für Voraussetzungen brauche ich? Welche Qualitätsmerkmale muss das haben? Und also wenn ein Zentrum jetzt eben nicht Eschre-PGD-Vollmitglied ist, dann ist das schon, würde ich das eher nicht machen, weil dann spricht es dafür, dass Sie sich da nicht so ernsthaft auch und längerfristig damit schon beschäftigt haben. Und seit wann sind Sie da Mitglied vielleicht nicht erst seit gestern, wenn es geht. Und dann möchte man auch, dass eben die, Entschuldigung, also ich habe eigentlich mein Handy leise gestellt. Ich weiß nicht, warum das hier immer noch irgendwas tut. Ich mache es aber jetzt hier oben auch noch aus. Dann ist es so, dass man auch gerne möchte, dass Sie zusätzlich als Paar auch noch vor der Entscheidung, ob Sie die PID dort vornehmen lassen, an diesem PID-Zentrum eine Beratung durch Fachärzte für Magenetik bekommen, wo Sie Ihnen erklären, wie das genau abläuft, welche Restrisiken bestehen, mit welchem Verfahren das gemacht wird und so, dass Sie dann auch wirklich die informierte Entscheidung für sich treffen können. Und das nur so für Sie als Info, auch wenn Sie sich dafür eine Behandlung auf dem Ausland besonders interessieren. Im Ausland gibt es auch eine ganze Menge Erfahrungen, natürlich schon mit der Handhinkenerkrankung. Und eine Sonderform der PID, die möglicherweise auch Einzelne von Ihnen interessiert, ist die sogenannte Exclusion PGD. Ich hatte Ihnen ja eingangs diese Familie gezeigt und hatte Ihnen gesagt, dass diese Frau, diese junge Frau eben dann auch wusste, dass sie Anlageträgerin ist. Und es gibt immer wieder die Anfrage, wenn ich jetzt Risikoperson bin, also einer meiner Eltern ist erkrankt, ich möchte den Test für mich aber gar nicht machen, aber ich möchte eine PID und sicherstellen, dass auf jeden Fall mein Kind die Erkrankung nicht bekommt. Aber ich möchte weiterhin eben nicht wissen, ob ich Mutationsträger bin. Und das würde man eben so durchführen, dass man nur solche Embryonen überträgt, die eben die Mutation nicht haben sollten und die Patientin oder der Patient, der Anlageträger sein könnte in diesem Fall, also eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, weiß weiterhin nicht, ob er das ist oder nicht. Das ist nicht so ganz trivial von der Umsetzung her. Und man hat im Prinzip zwei verschiedene Formen. Das ist einmal die Non-Disclosure PGD. Da ist es so, dass das Labor weiß, ob die Person, um die es geht, Anlageträger ist oder nicht. Also dann hätten wir praktisch die Information intern, aha, sie hat das, aber sie selber weiß es nicht. Und dann muss man eben einen guten Modus finden, wie man das klärt, praktisch wie man das durchführt, ohne dass die Frau daraus rückschließen kann, ob sie jetzt eine Anlageträgerin ist oder nicht. Und die andere Form, also damit haben viele ein Problem, weil das eben hier doch problematisch wird am Ende, wenn ich zum Beispiel mit zehn Eizellen anfange, und dann sage ich zu der Frau, also wir können jetzt leider nur zwei übertragen, die anderen sind nicht geeignet, dann wird sie sich vielleicht Gedanken machen, ob das jetzt heißt, dass sie Überträgerin ist. Das ist also so ein bisschen schwierig umzusetzen, deswegen hat sich das nicht so durchgesetzt im Ausland. Die andere Methode, die man eher einsetzt, die sogenannte Exclusion PGD, da weiß also die Frau und auch das Labor eben nicht, ob sie Anlageträgerin ist und man macht es in dem Fall jetzt so, wenn sie sich dieses Beispiel nochmal vor Augen führen, also ihr Vater ist erkrankt und man sucht dann bei der P und praktisch sie hat entweder das Huntington-Allee von ihrem Vater oder das Huntington-Allee von ihrer Mutter, was eben die Mutation nicht trägt, also das Gen, was die Mutation nicht trägt und es werden dann solche Embryonen ausgewählt, die praktisch dieses mütterliche HTT-Gen bekommen haben und die können dann eben nicht die Mutation haben und dann würde man alle Embryonen verwerfen, die praktisch vom Großvater das Gen bekommen haben, obwohl 50 Prozent davon auch gesund werden, weil der Großvater hat ja auch noch ein gesundes Allee und das kann man dann eben gar nicht unterscheiden und das ist jetzt ethisch auch wieder so ein bisschen schwierig in der Diskussion, aber scheint sich international doch eher durchzusetzen, dass man das auf diese Art und Weise machen kann. In Deutschland ist das jetzt kürzlich diskutiert worden und die Bayerische Ethikkommission hat sich jetzt geäußert, dass sie das nicht positiv bescheiden wird. Ob das jetzt immer so bleibt, wissen wir nicht, aber das ist mal der aktuelle Stand. Das heißt, in Deutschland können wir das momentan nicht anbieten in Bayern und da wir die meisten Anträge in Bayern auch verhandeln in Deutschland, ist es sehr wahrscheinlich, dass das in anderen Bundesländern dann auch nicht gehen wird, aber man kann es natürlich probieren. Hier ist jetzt mal ein Beispiel gezeigt von diesen drei Zentren aus der Arbeit, die ich Ihnen eben gezeigt habe, was auch ziemlich gut verdeutlicht, wie das auch ähnlich bei uns abläuft. Hier sind insgesamt 331 Paare gekommen und haben gesagt, wir introduzieren uns für eine PID für die Handlinchenerkrankung. Davon wollten 100 eine Exclusion-PGD an diesen drei Zentren. Die anderen haben vorher bestätigen lassen, dass einer dann Anlageträger ist und haben eben möchten, also eine ganz normale PID. Und jetzt können wir einfach nur noch mal nach unten schauen ans Ende. Da sehen Sie, dass von diesen 331 zum Schluss dann 174 auch eine Behandlung gestartet haben. Das sind auch so ungefähr unsere Erfahrungen, dass natürlich erst mal mehr Paare sich dafür interessieren, aber dann nach den Gesprächen sich dann doch ein ganzer Teil entscheidet, dass er das nicht machen möchte. Das ist ja auch völlig in Ordnung, diese Informationen die gegeben werden sollen ja dazu dienen, dass sie sich als Paar dann auch entscheiden können, wie sie damit umgehen möchten. Und man sieht dann trotzdem das Verhältnis auch wieder etwa die Hälfte der Paare, ein Drittel, Entschuldigung, ein Drittel der Paare, die sich jetzt hier entschieden haben, die PID zu machen. Pi mal Daumen haben dann auch die Exclusion-PGD gewählt im Ausland. Und wie gesagt, bei uns können wir das momentan leider nicht anbieten. Insgesamt ist die Huntington-Erkrankung schon über einige Jahre auch eine der Hauptgründe, warum Paare sich für eine PID für monogene Erkrankung interessieren. Aus dem Eschro-PTD-Konsortium, über das ich schon erzählt hatte, sind hier mal die Daten aus zwei Zeiträumen dargestellt. Also aus dem frühen Zeitpunkt von 1999 bis 2009 aus dieser Datensammlung, Da war damals die Huntington-Erkrankung auf Platz drei. Also schon einer der häufigeren Gründe, warum eine PID in den Zentren gemacht wurde. Und in der Datenkollektion von 2016 ist es dann schon an Platz eins. Also ist es schon ein häufigerer Grund, warum Paare sich für eine PID auch im Ausland entscheiden. Und was ganz wichtig für Sie zu wissen ist, wir hatten 2016 auch eine Tagung in Regensburg. Da haben sich die deutschen PID-Zentren getroffen und wir haben da auch Statements veröffentlicht, um jetzt ein paar Eckpunkte auch einzuschlagen, ein paar Pflöcke. Und was man immer wissen muss, wenn man sich für die PID entscheidet, ist, dass nach jeder PID ein relevantes Restrisiko besteht, was wir mit bis zu drei Prozent eben angeben für monogene Erkrankungen. Das würde dann auch für die Huntington-Fragestellung gelten, bei den Aneuploidien bis fünf Prozent und es sollte eine Pränataldiagnostik angeboten werden, wobei wir eben über die Problematik ja vorhin schon geredet haben, ob das für die Huntington-Erkrankung jetzt wirklich so sinnvoll ist und es hat eben einen schwierigen Kontext auch. In Deutschland haben wir die zusätzliche Situation, dass wir ein Ethikvotum brauchen. Das ist jetzt mal hier schematisch dargestellt, wie das bei uns abläuft. Also wenn Sie sich als Paar für eine PID interessieren, dann sollten Sie zuerst mit Ihrem Frauenarzt und Frauenärztin reden, in Wohnortnähe. die würde Sie dann verweisen an Facharztin Mangenetik auch bei Ihnen im Umfeld und es gibt zu jedem Zeitpunkt dann immer die Möglichkeit, eine begleitende psychosoziale Beratung zu haben. Wir arbeiten da sehr gut mit Donoviti zusammen, aber es gibt auch andere Angebote, die sind auch vor Ort dann durchaus unterschiedlich und wenn Sie als Paar Interesse haben, dann würde die Facharztin Magenetik sie dann an ein PID-Zentrum verweisen, also zum Beispiel an unser Zentrum, wenn das der Kooperationspartner dann für die Fachärzte ist. Und wir würden zunächst die Anfrage prüfen, wenn die Fragestellung Handlingenerkrankung ist, können wir das in der Regel zusagen, dass wir die Behandlung bei uns machen. Es gibt eine Ausnahme oder eine Voraussetzung, dass wir mindestens die Blutprobe eines Angehörigen mit Mutationen und gesicherter genetischer Diagnose brauchen. Das kann im Einzelfall schon mal ein Problem sein, das hat damit zu tun, dass man die Mutation selber an den Embryonen nicht verlässlich nachweisen kann und wir müssen prüfen, was ist das väterliche und was ist das mütterliche Allel. Dazu brauchen wir, um das zu bestimmen, mindestens die Blutprobe von einer weiteren Person, die auch die Mutation gesichert trägt, da hilft uns auch nicht, wenn das mündlich mitgeteilt wird, ich weiß doch, der hat jetzt die Mutation, das reicht uns als Sicherheit nicht. Man kann im Einzelfall darüber reden, angenommen, jetzt ist der Vater erkrankt, der ist schon gestorben, der hatte einen Befund, wo das nachgewiesen ist, kann man auch mit der Blutprobe von der Mutter arbeiten, man kann auch die Proben von Geschwistern dazuziehen, das muss man dann im Einzelfall besprechen, aber wenn da jetzt gar niemand verfügbar dann kann man eine PID auch nicht machen, also das ist der einzige Grund, wo wir es dann tatsächlich auch ablehnen würden. Das wäre jetzt dann hier bei uns, dass wir das zunächst prüfen, wie gesagt, dann gibt es bei uns eine interdisziplinäre Beratung, reproduktionsmedizinisch durch die Frauenärzte, entweder bei uns am Kinderwunschzentrum oder wir haben auch zwei Kooperationspartner in Lübeck und Düsseldorf, die das dann auch übernehmen würden und zur Genetik dann durch uns, wenn die Paare von weiter her kommen, auch als Videosprechstunde machen. Und dann, wenn das Paar sich entscheidet, den Ethikantrag zu stellen, dann wird das soweit vorbereitet und wir besprechen mit den Paaren, was sie dazu noch liefern müssen und dann wird es an die PID-Ethikkommission geschickt. Entschuldigung, da ist für Bayern, der Sitz dann in München, es sollte innerhalb von einem Vierteljahr beschieden werden, das schaffen sie momentan nicht, aufgrund der hohen Anfragen in Bayern dauert das schon gut bis zu sechs Monaten, bis das Ergebnis dann vorliegt und dann würde praktisch, wenn das Votum positiv ausfällt, die PID in Regensburg stattfinden können und genauso funktioniert das auch mit den anderen deutschen PID-Zentren. Im Ausland ist so eine Prüfung durch die Ethikommission nicht notwendig und Reparate kann immer noch begleitend passieren. Jetzt auf dieser Folie habe ich Ihnen zum Schluss nochmal unsere Behandlungsergebnisse mitgebracht. Das ist jetzt auch schon die vorletzte Folie. Ich hatte Ihnen gesagt, dass wir lange schon mit Vollkörperdiagnostik gearbeitet haben, als wir am Embryo noch nicht arbeiten durften. 2004 war das erste Kind in Deutschland für eine monogene Erkrankung nach PID bei unserem Zentrum geboren, aber das waren alles Vollkörperuntersuchungen. Insgesamt können wir die Zahl der Familie gar nicht so genau angeben, weil dann die Paare auch teilweise gewechselt haben von PKD zu PID. Aber die Zyklenzahl ist jetzt hier mal aufgeführt, diese Behandlungszyklen, die wir durchgeführt haben für Vollkörperdiagnostik oder eben am Tag 5, seit wir jetzt auf zugelassenes Zentrum sind, die Zahl der untersuchten Eizellen. Wie viele von den Embryonen oder Eizellen waren dann transferierbar, weil eben die Mutation oder die Erkrankung nicht wieder auftreten wird. Und hier ist dann die Zahl der Transfere, also wie viele, wie viel Mal wurden dann Embryonen übertragen auf die Frau. Man sieht dann, wie viele Embryonen übertragen wurden. Wenn Sie die Zahl sich anschauen, dann ist praktisch, wenn wir PID machen, dann wird fast immer nur ein Embryo übertragen. Bei der Vollkörperdiagnostik haben wir bald im Schnitt fast zwei Eizellen oder frühe Embryonen übertragen, weil da die Schwangerschaftsraten auch ungünstiger sind. Und was Sie hier auch sehen, dass praktisch auch noch Embryonen eingefroren sind, die man zum späteren Zeitpunkt auch noch einsetzen kann. Das heißt, wenn es gut läuft, kann die Frau mit einem Behandlungszyklus auch mehrere Schwangerschaften erzielen. Und was der Goldstandard ist, wir sagen immer kurz, also Fidel Heartbeat heißt, wenn man im Ultraschall einen Herzflag sieht, also man sieht, dass ein Fruchttag da ist und ein Herzflag da ist, wie oft kommt es dazu, dann würden wir das als klinische Schwangerschaft international bezeichnen, wie oft kommt es zu einer klinischen Schwangerschaft, wenn eben ein Transpare durchgeführt wurde. Und da sehen Sie praktisch, dass die Möglichkeit, schwanger zu werden bei der PKD deutlich schlechter ist als bei der PID, also fast doppelt so hoch, sodass wir die Polkörperdiagnostik nicht mehr gern anbieten, weil die für die Frauen einfach viel schlechter ist, wir brauchen mehr Hormone, das kostet mehr Geld, ich brauche mehr Zütteln, um letztlich zu einer Schwangerschaft zu kommen. In jeder anderen Schwangerschaft kann natürlich auch eine Fehlgeburt auftreten, einige Schwangerschaften, Andreas hat das zu diesem Zeitpunkt relativ kurzfristig noch mal erhoben, waren einige Schwangerschaften noch laufend und das ist die Zahl der Kinder ungefähr, sind tatsächlich sicherlich schon mehr, deswegen steht ja auch bekannt immer mal, weil wir das nicht immer rückgemeldet bekommen, ob dann wirklich von Kinder geboren sind. Jetzt mal rausgezogen aus dieser Gesamtgruppe nur die für die Handlingenerkrankung PKDP-ID, das sind relativ wenig Familien, die da insgesamt bisher bei uns waren, Behandlung gibt dann auch nicht so viele und stopp noch mal einmal zurück, was wir hier sehen, die Transfere, da sehen wir noch mal, dass für die Handlingenerkrankung das besonders schlecht aussieht, wenn wir eine Polkörperdiagnose machen, wir haben 14 Mal Embryonen übertragen, insgesamt 15 Embryonen sind bei diesen 14 Versuchen eingesetzt worden, sind keine mehr übrig und in 7,1% ist nur eine Schwangerschaft eingetreten, also das ist ganz schlecht. Bei der PED, das war aber eben das, was wir lange nur machen konnten, bei der PED sieht es deutlich besser aus, es sind insgesamt jetzt schon bei uns acht Transfere gewesen, neun Embryonen wurden übertragen, sind noch die Hälfte eingefroren, das heißt, mit denen sind noch Schwangerschaften möglich und hier haben wir jetzt schon 62% das ist natürlich jetzt für die kleinen Zahlen jetzt keine gute Statistik, aber zeigt schon, dass es jetzt deutlich besser aussieht und inzwischen sind auch Kinder schon geboren, das ist hier unvollständig, also hier fehlen uns noch Daten, aber das ist das, was wir sicher auch inzwischen belegen können und jetzt muss man sich noch mal vor Augen halten, dass praktisch die Vollkörperdiagnostik nur gemacht werden konnte, wenn die Frau Träger ist, die PED hier betrifft jetzt Mann und Frau können Träger sein, weil ich sehr gut das Mann jetzt mit anschauen kann und wir haben dann noch mal gefragt, wie sieht es aus, wenn der Mann oder die Frau Träger sind, sehen wir da auch, dass praktisch die Frauen dann schlechter schwanger werden und das ist jetzt im Augenblick nicht so erkennbar, wenn wir das aufbisseln, haben wir jeweils vier Transfere gehabt und wir haben ein bisschen, also 75% oder 50%, das ist jetzt beides gut, wie gesagt, das ist Statistik der kleinen Zahlen, damit kann man nicht wirklich was anfangen, aber das zeigt, dass wir jetzt mit der Embryountersuchung deutlich besser rauskommen als bei der Vollkörperdiagnostik und das ist ein Grund mehr, dass wir die nicht mehr einsetzen möchten, weil das aus ärztlicher Sicht nicht zu vertreten ist. So, ich hoffe, dass ich jetzt Ihnen einen kleinen Einblick geben konnte in die Möglichkeiten vor allem der Diagnostik und PID und enden möchte ich mit dieser Eingangsfolie nochmal, die nochmal die Möglichkeiten gegenüberstellt und die vielleicht auch eine Diskussionsgrundlage sein kann. Vielen Dank. Wow, super, vielen, vielen Dank, Frau Dr. Herr. Das war sehr, sehr umfangreich, knapp über 20 Minuten, aber ich wollte nicht abbrechen, weil es so spannend war und weil es so toll war. Von daher vielen, vielen Dank für all die Aufbereitung und die Inhalte und die sehr guten Erklärungen, wie ich fand. Es gibt bisher eine Frage von den Zuschauern, und zwar möchte jemand wissen, haben Sie Erfahrung damit, dass eine Geburt den Ausbruch der Krankheit bei einer Frau beeinflussen kann? Das ist eine spannende Frage, also kenne ich keine Daten, da kommen natürlich die Hormone massiv durcheinander, im Wochenbett auch, in der Schwangerschaft schon, müsste ich noch mal recherchieren, also man kann sich vorstellen, dass natürlich der Körper erheblich belastet ist und dass es vielleicht ein Trigger sein kann, so wie andere Situationen ja auch, also ich denke, das werden Sie ja auch kennen, wenn Stress ist oder ich weiß nicht, was Sie für Erfahrungen haben, wenn jemand die Pille nimmt oder solche Sachen, also all diese Dinge können wahrscheinlich das beeinflussen und eine Kinderwunschbehandlung selber kann schon Stress sein, das muss man auch sagen, also diese Hormongaben und dieses Warten und dann ist man vielleicht doch nicht schwanger und so, das ist ja auch nicht was was ich mal zwei Monate mache, sondern das kann sich auch mal ein Jahr oder zwei Jahre hinziehen, das kann für das Paar schon sehr belastend sein, also man kann sich schon vorstellen, dass das auch mit ein Trigger sein kann, so wie andere Risikosituationen auch, aber müssen wir noch mal genauer anschauen, dann kenne ich keine Daten. Ich habe selber eine Frage, Frage, wie groß ist denn das Wasser untersucht wird in Millimetern oder welche Eingabe Angabe hat man denn da? Das können Sie nur Mikroskop sehen. Wie viel Millimeter ist das? Über welche Größe sprechen wir da? Andreas, magst du was? Kann ich jetzt gar nicht mal sehen, er meldet sich jetzt gerade. Doch, doch, ich melde mich gleich. Was ist das Mikroskop 1 zu 100 oder wie ist das? Ich weiß es gar nicht. Also man sieht es mit Ach und Krach, dass da was ist. Sagen wir es mal auf Molekülebene, was wir dann nachher wirklich untersuchen, ist bei der Pullkörperdiagnostik, beim ersten Pullkörper zwei Moleküle DNA, beim zweiten Pullkörper ein Molekül DNA. Und wenn man eine fünf Zellen große Probe von Perfecto Derm hat, dann sind es zehn Moleküle DNA, die wir untersuchen. Ich denke mal, das ist weniger als die Forensik, die man sucht, mit einer Blutprobe, mit Bluttropfen. Das ist wirklich die unterste Grenze dessen, was man machen kann. Das denke ich nicht mehr. Okay, danke. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Und zwar geht es weiter. Welchen Ansatz empfehlen Sie, wenn der geplante Vater die Erkrankung haben könnte? Wenn wir jetzt das anschauen, dann hat alles Vor- und Nachteile. Also ich habe es jetzt nur wenig Paare begleitet, die eine Pränataldiagnostik ganz gezielt angestrebt haben. Das fand ich immer sehr schwierig. Leider waren dann die Fäden öfter auch auffällig und das ist natürlich extrem belastend. Klar, wenn es dann nicht betroffen ist das Kind, dann ist es sehr schön, aber das muss halt nicht so sein. Ich habe einzelne Paare erlebt, die eine Samenspende gemacht haben, die damit sehr glücklich waren, weil sie sagen, das Paar hat die Schwangerschaft ausgetragen und das war dann einfach ihr Kind. Das kann jetzt ein niedrigschwelliger Weg sein, wo man auch wenig Geld dafür einsetzen muss und die PED ist sicherlich technisch sehr aufwendig und ich denke, ich habe Ihnen gezeigt, dass die Chancen, dass man da schwanger werden kann, wenn eben die Voraussetzungen stimmen, das wird ja auch vorher geprüft, ob die Hälfte davon, aber das ist immer noch ein ganzer Teil Geld, die man da auch selber aufwenden muss. Das ist genau die nächste Frage, die im Raum steht, und zwar mit welchen Kosten muss man bei einer PIB rechnen? Also ich denke, Sie haben ja sehr viel Erfahrung, wie das im Ausland ist, da kennen wir jetzt gar keine Zahlen. Es ist so, dass wir bei uns immer noch ein Testsystem selber erarbeiten. Das kostet einmalig 2.600 Euro, wenn es fertig ist. Das heißt, es wird mit diesen Proben der Familien ein Test aufgebaut, wo man eben die Embryonen voneinander sicher unterscheiden können sollte. Und dann kostet es noch mal so etwa 2.400 Euro für jeden Behandlungszyklus. Und dazu kommen dann eben noch die frauenärztlichen Kosten. Das heißt, jetzt von der Genetik her ist es beim ersten Mal am teuersten, weil der Test eben da mit drin ist. wenn man mehrmals kommen müsste, dann würde das dann nicht mehr anfallen, dieser erste Teil. Aber tatsächlich ist es so, dass bei der PID jetzt viele Paare nur einmal kommen müssen, weil dann schon so viele Embryonen da sind, dass sie meistens eben keinen zweiten Zyklus mehr